Die Schweiz verkauft Dampflokomotiven nach Holland. Holländische Ingenieure und Lokomotivführer sind zu uns gekommen, um die Maschinen abzunehmen und in ihre Heimat zu führen. Die Fahrt geht über Frankreich. Der französische Zoll sagt sein Wort dazu und findet alles in Ordnung. Am 29. August haben 5 von 20 zu liefernden Lokomotiven die Schweiz verlassen. Sie werden einem tapferen Volk beim Wiederaufbau seines Landes helfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017